Vielen Schokolade! 1, 2, 3 Hallo bei den Spielzeugtestern! Heute zeigen wir euch die Überraschungseier von Kars und einen Minimaus haben wir und mit dem hier fange ich an Ja mach das hier drüber, weil die sind alle irgendwie schon so ein bisschen angeditscht Das ist, da ist ein Puzzle drin Echt? Ja, guck Klasse, du puzzelst gerne, stimmt? Hier Puzzelst du gerne? Mhm Dann mach mal schon mal das nächste auf Schnuggi Ab 50 Gramm wird es undeutlich Ab 200 Gramm? Ja Achso Jetzt macht die Minimaus auf Wie schmeckt die Schokolade? Gut Welche schmeckt besser, die hier oder die von den normalen Überraschungen? Überraschungseiern, die innen weiß ist Die schwarzen Die? Echt? Ich dachte, die richtigen Kinderüberraschungseier schmecken besser Noch ein blaues Also sag mal, Hanna Du siehst schon aus wie ein Ferkel Mhm Wie ein Erdferkel Oh, ein Anhänger It's all about Minnie Haben wir noch unsere Schere hier irgendwo? Irgendwie ein anderer So richtig kleiner Metallanhänger Knack Oh Achtung Fertig Finn Finn Mek Miss Ile Hier ist ja ein Loch Hä? Ein Luftloch Ja, das ist hier zu mir etwa Das ist auch blau Alles ist blau, blau, blau Blau, blau Blau, blau Wie geht das weiter? Es sind alle meine Kleider Blau, blau, blau ist alles, was ich habe Darum lieb ich alles, was so blau ist Weil mein Schatten ein Jäger ist Ein was? Ein Jäger ist Aber Jäger sind doch nicht blau Was? Jäger sind grün Grün, grün, grün sind alle meine Kleider Grün, grün, grün Schon wieder in Luftloch Alles, was ich mag Darum lieb ich alles Geht auch von selbst auf Ja Ist was runtergefallen? Auf mein Schuss Ja, dann schmeiß Boah, so ein Riesenstück Also, sag mal Und die Kinder sitzen jetzt vorm Computer oder vorm Handy und haben keine Schokolade Oder esst ihr gerade Schokolade? Ja Ja Meinst du, die essen gerade Schokolade und gucken dich im Computer an? Mhm Oder essen die was anderes Leckeres? Vielleicht gab es schon Abendbrot? Ja Oder Mittagessen Oder Mittagessen Oh, noch ein Auto Oh, ist das süß Das ist Professor Z Professor Z hat eine kleine Brille Eine Ein-Augen-Brille Nein Das ist eine Lupe Ach, das ist eine Lupe Ach, das ist eine Lupe Überzeug Also, die kleinen Autos finde ich ganz süß Die Puzzle, die musst du nochmal zusammen puzzeln Das mache ich auch jetzt Okay Huck sieht lustig aus mit seinen Zehen Ja Das besteht aus drei, sechs, neun, zwölf Teilen Der Anhänger ist nicht so toll, ne? Ja Doch, der ist toll Der gefällt dir? Ja Okay Das ist nämlich Mini-Maus Das stimmt Und ich mag Mini-Maus Ich weiß Und ich gucke immer Mickey Maus Wunderhaus Da ist auch immer Mini-Maus Das stimmt Und das ist Und das Und der gehört aber jetzt eben Ach so Wenn Mini-Maus nicht da ist Das waren die fünf Überraschungseier Bis zum nächsten Mal Seid 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 Und ich sage auch nicht Seid 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 Vielen Dank.